Musique Du sag's dann ja Das muss ich ja auch Dann muss ich mich ja anstrengen Ja streck dich an die Jungs Ja da muss ich anstrengen Der macht jetzt Werbung auf Elyria nicht nur für das Spiel Was? Sani? Hast du die Homepage gesehen die ich dir geschickt habe? Ja von dem Typen, ja, ich muss mal gucken. Boah, der sieht richtig krass aus, man, ne? Ja, nur die Frage ist, was er kostet, wenn er uns was machen soll. Ja, die Frage ist, wir sollten ihn akquirieren für Chronicles of Valyria. Dann macht das freiwillig. Ja, das ist soft. Aber das ist ein Deutscher, also, so. Wer hat auch was? Ja, du, ich freu mich über jeden, den wir da kriegen, vor allem Leute, die solche Sachen können. Wir könnten den ja anschreiben, vielleicht können wir auch hier bei Conqueror's Blade irgendwie was zusammentun. Oder willst du dich da bündnis-technisch gar nicht einmischen? Ich lass das erstmal spielen, was passiert. Wir müssen erstmal gucken, was wir da anscheinend zusammen kriegen. Ja. Das ist, glaub, eher das Ding, also wir können erst mitreden, wenn wir die Zahlen haben. Ja, also, wenn mir die Close Beta gefehlen, dann werde ich mir für die Open Beta das höchste Paket noch kaufen für die Temple Ritter. Dann kannst du wahrscheinlich aber separat kaufen, das wird es anscheinend. Aber nicht die Temple Ritter. Echt? Später kannst du dir alles. Der Temple Ritter und dieser komische japanische Ninja Zeug da, das ist nur Vorabbestellung. Die gibt es nachher nicht mehr. Es wird andere geben und mehrere, aber diese zwei speziell wird es nur geben als Vorbestellung. Die neuen sehen dann bestimmt besser aus. Also erstmal hallo, liebe Leute, wir sind gerade in der Schlacht. Das ist mir eigentlich scheißegal, wenn es einen zweiten Tempest-Skin noch geben wird, dann kaufe ich mir auch einen zweiten Tempest-Skin noch. Als Abwechslung. Mal der, mal der. Ja. Wir lassen jetzt die aufnehmen und miteinander quatschen. Hast du jetzt gerade live am Stream im Zweifel, oder? Nee, nee, das ist das. Okay. Aber können wir trotzdem ganz normal quatschen oder so? Ja, wir können ruhig nur quatschen. Das ist egal. Weißt du, der Österreich ist kritisch, weißt du. Ich komme aus Braunau. Nicht pass. Oh Gott. Hören sie das im Stream? Ja, wahrscheinlich. Wie viele Zuschauer hast du denn? Hä? Ich bin nicht im Stream. Aktuell bist du nicht im Stream mehr. Nimmst du auf YouTube oder so? Genau. Da kannst du ja den Discord-Sound rausschneiden, oder? Das ist gleichzeitig der Games-Sound. Dann hört man ja meine Kollegen nicht, wenn die irgendwas sagen. Genau. Aber das Ding ist auch einfach, diese Flavortext hilft halt einfach auch. Spaß. Wenn man dann sowas anhört. Gute. Nicht unbedingt, wenn du was erzählst, Naibu. Aber... So, ich zerstürme euch schon mal die Mauer von B nach D. Damit werden wir da besser durchkommen. Nicht, dass wir zwei Tore öffnen müssen. Okay, also wir schieben den einen Turm ja schon hin, ne? Der andere ist ja gleich da. Keine Ahnung. Meine schieben da irgendwas. Ja, ja. Der ist schon da. Genau. Der unten ist auch ein Ritter, der gerade... Ja, meine Leute angreift. Mhm. Ich würde sagen, ich kräfte mal einen. Mach das bitte. Weil deine Soldaten rennen weg. Jo. Das sind noch sieben Soldaten. Ja. So. Ähm. Die Mauer ist kaputt. Ich versuch das Tor jetzt, äh, in die Mitte zu zerstören. Dann haben die keiner dazwischen... Ja, toll. Ich hab mich schon verwendet entwickelt. Nein! Verwendeter! Oh. Kann man die Mauern eigentlich auch einreißen, oder... Nur Erteils. Ha! Tja! Also man kann mal einreißen. Ich schau wieder an. Aber nicht drüber, dass du einfach durchlaufen kannst. Darüber kommst du irgendwie besser. Hier ist einer, der rennt da rein. Der kommt von hinten ran. Ich brauche hier einen Reiß. Ähm, ich kann durch das Tor schießen. Also ich kann durch die Mauer schießen. Und ich habe gerade hinter Soldaten gefüllt. Wieso auch? Immer. Ja. Ah, das wird eigentlich mit so einer Klingstenschutznette mit einem Mörser. Die eine Strömung hat. Und mit so einer Grape... Mit der Grape-Kannat. Lermin. Fehler. Ich glaube, das ist... Weck ist das Spielfeld. Das geht das Spiel gerade nicht, oder wie? Tor ist offen. Okay. Jo, ich habe Tor aufgemacht. So, jetzt, die letzten sind bei B. Ich versuche da reinzuschießen. Vorsicht, nicht. Ich bin da rein. Ja. 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 B gibt's Leitern, die man hochnutzen kann. Die können wir benutzen, um auf D zu kommen. Ja. Und dann haben wir sofort eigentlich fast schon gewonnen. Wenn wir das schaffen, D einzugehen. Ja. So, wir haben einen getötet. Und einen ist rausgegangen. hallo hallo zu rennen vor ihr seid bitte auf eine Aufnahme das kann man dann ja hier fast so seine ganze Gruppe stellen ja oh ich hab hier ein Problem das ist gut für 6 Leute oder? schau mal zurück hier Leute wir haben ein Problem was denn? die schießen auf mich wo sind die denn? äh das ist ne gute Frage aber der letzten irgendwie weiß die schießen die schießen ja ja ich würde gerne mal wissen wer hier die Leiton hingestellt hat ähm Spieler bestimmt ich meine die müssen ja schon mal vorbereitet worden sein hehehe auf jeden Fall haben sie die Animation verbessert von den Leiton Kettung Masse ich gebe es vom es so dein v pane unser ist Scheiße. sie muss nur reingenommen werden oder oder gehört das schon uns ja ich könnte ich kenne es gegen zwei bogen schützen ach der kurzbogen macht gift schaden oh mein gott das ist ein problem jetzt werde ich gerade langbogen macht glaub ich jetzt gift äh feuer und feuer langbogen macht feuer und kurzbogen macht gift it shall be done raise your shield ciao yes my lord ich finde das geil ich finde das geil das ist auch interessant ich kann durch gegnerische einheiten schießen mit meinem kompletten also okay wir haben ja gleich die mitleidenden naja easy wollen wir das jetzt erobern wo jetzt kommen die von hinten yes my lord yes sir yes my lord raise your shield charge ja 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 aber wenn man es richtig verteidigt schafft man es wenn ja habe ich auch schon geschafft die kam nicht über die erste mauer hinweg also es geht auch aber es war eine geile match also muss sagen war ziemlich cool vielleicht noch einzelne am ende gestorben war scheiße wenn die leute an den kanonen gut schießen können und draußen gleich die ganzen lösen kann und zerstören haben sie eigentlich keine chance ja andersrum halt auch noch wenn die in die kanon zerstören haben sie es halt auch deutlich schwerer wenn am vor direkt vorne alles weg schießt hast du ein problem was ich auch als schütze kannst du halt trotzdem gut die kürmer aufhalten finde ich so bin auf jeden fall dafür gleich normal zu machen und meine einheit teilen in drei sekunden ich bin doch im ladewild also ich brauche noch 10 minuten dann bin ich zu hause okay dann mache ich erstmal eine ganz kurze pause bis wir im nächsten match sind bis gleich die angreifer sind übrigens auch zwei mehr nur mal so als hinweis ist aber immer so weil die verteidiger haben es besser die haben mauern ach guck mal der eine typische verwundet ne das ist sein ladebein ich bin da mit zwei ganz ruhig aber das sind schon die mit 10 minuten das heißt die haben schon die bessere ausrüstung guck mal wir haben wir haben mehr leben als sie ja sie schmal wie deploy eigentlich die geschütze F ok und äh steuerung für die gruppen stirbt er nach ganz vorne oder was macht er jetzt gerade er geht an die wir gehen zu den mörsen und ich versuche mal die ganzen dings zu zerstören oh shit die greifen direkt die ganzen dinge an shit warte k 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 Meiner hat nicht getroffen. Ab wann kommen meine Soldaten hinterher? Du kannst uns schon auswählen. C und X ist Defend und V ist Attack. Das ist auch so toll. Wenn du lange X gedrückt hältst, kannst du sie auch positionieren. Und dann F1, F2, F3 für die Formation. Geht schneller als mit dem Mausrad. Nur das X und dann Mausrad. Ja genau. Also ich klicke mich links bei den Türmen mit ein. Falls mir noch Deckung geben will. Wow. Niemand kriegt keine Deckung. Ich sag mal, wir nehmen den Rambock. So, links gibt es keine Kanonen mehr. Rechts aber unten. Auch nicht. Also es sind schon mal zwei, zwei Spieler keine Kanonen. Ja, die schießt auf die Türme. Okay, wir nehmen den Rambock und gehen ans Errechte-Tor. Schiebt Männer, schiebt! Ich habe das falsche Befehl. Mit Steuerung kannst du den Befehl bei Geräten oder bei Leitern geben. Das steht leider auch nicht erklärt. Ja, ja, ich stehe es gerade. Nein! Ich habe gerade auch nicht gemacht. Ja. Börschle. Ihr rechtes Tor wird gleich kaputt gemacht von meinem Rambock. Da bräuchte ich vielleicht 100 Stützungen. Ja, ich komme mit meinen Jungs. Ich bewege gerade die... Ich bewege gerade die... Wie gebe ich dir nochmal commands, dass die Dings, dass die Schild waren? Meine Soldaten fallen gerade. Oh, ich bin tot. Fick. Ich wurde abgegeschossen. Kannst du den Rambock übernehmen? Ja, das sind aber hier von dir dran. Ja, die rennen jetzt weg. Ja, die ziehen noch. Ja, die rennen gleich weg. Ja, die rennen weg. Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wie ich den Kommand dafür... Steuerung und dann drauf gucken und links klicken. Ah, der brennt. Ah, der ist down. Naja, gut. Aber die linke Seite wird gerade durchgebrochen. Ja, es passt ja. Dann gehen wir also nach links. Ja, der ist ja schon durch. Sehr gut. Bist durch? Ja, super. Nice, nice. Yes, my lord. Yes, my lord. So viel Gegenwehr gab es hier gar nicht, ne? Hier gab es gar keine Gegenwehr. Die stehen alle bei B, was du siehst, gerade. Die Mitte, wollen wir durchpushen oder was machen wir? Hat der mal eine Kanone da hinzusetzen? Yes, sir. Ich bin bei B. Ich gehe gerade über die Leitung hoch. Oh, lol, sind da viele Leute. Nehmen wir die Mitte, glaubst du. Scheiße. Vorsicht, da sind zwei Spieler. Gut. Peanut, oder wie er heißt, der... nimmt den... Rambock. Huuuuh, shit. Ich bin in der Mitte. Wir haben die Mitte. It shall be done. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt kommt der Rambock nach oben. Die Mitte ist dritter. Frostblood, wuhu. Appell. Ich bin auf, okay. Yes, sir. Ich bin sicher, dass du da stehen willst, weil du wirst gerade ganz schön... Ich bin überhaupt nicht gesandwiched. Weck, 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 weck. Da haben wir keine Soldaten werden, was macht ihr nun? Äh, sie sind weglaufen und dann neue Dierspannen lassen Die sind, äh, Sanitäterzeichen Ja, genau die Dierspannenzeichen Oh, die schießt mit Kanonen in die Mitte So, warum bin ich down? Ja, weil du getöntet wurdest Naja, ich war hinter den Dings, ich hab mich gewundert, irgendjemand hat mich abgesehen Yes, my lord Yes, my lord Yes, sir Yes, my lord Uh, Annabelle ist auch tot Ja, ja Ich stehe schon einfach nur hinten bequem Ja Ich habe, äh, hier noch kann, äh, die anderen Kanonen ausgeschaltet und Mauerteile kaputt gemacht Scheiße Äh, damit wir wieder durchkommen Äh, damit wir wieder durchkommen Yes, my lord Oh, der Kuss ist sch... Wie sieht es da vorne aus? Kann man schon stürmen? Hm? Kann man stürmen oder wie sieht es da vorne aus? Schlecht, ja Ich bin da und ich habe meine Leute hier als Schildwald hier eingestellt Open Fire Haha, das ist nicht geil Ja, sieht gut aus So, die werden weggekratzt, das weißt du, das ist eine ganz schlechte Entscheidung Oh, mich hat eine Kanone erwischt Die machen uns fertig, wir Nein! 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 Tötet sie! Wauw! wir müssen die einnehmen jetzt hat man einen bogen schützen hier sehr gut ich muss jetzt warten weil ich habe ich hier auf mit auf b die hielten auch noch gegen spieler Kann der Bogenschütze immer wegschießen? Ich auch Mach dann doch mal diesen komischen Rund weg Geh, der Hauptschluss Geh, du bist weg? Ja Ja, ja Weiter, weiter, weiter Und er geht auf C Vorsicht, hinter uns sind da noch gegen Da kommen welche Bleiben auf der Treppe Geht auf C, geht auf C, geht auf C, das sind unsere Leute Wo? Wo? Da? Ja Ja Scheiße, die können sich nämlich unsichtbar machen und für den Kopf Ach, 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 da ist noch einer Komm zurück, komm zurück, komm zurück Komm zurück Schau wieder Alles klar, ich bin bei D Haha, ich bin bei D Ich bin bei D, übernimmt keiner Auf die Lappen Ja, ich bin bei D Und die ist gleich tot, ja Ja, er ist tot Eine kommt hier Zwei kommen hier Schau Defend ihn Scheiße Ja, ja, dein Bogenschutz wird aber nicht gut hier Pass, 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 wir kommen wieder nach vorne Okay, wir haben den Punkt eingenommen, sauber Ich geh mit Skorp hin Alle auf den Und der eine Ne, das sind drei Gegner Hälft mir Mach ich Ja, klar, sicher Lassen fünf Leute von uns rum Und zwei von uns Ich schieße Ich schieße Ich schieße Ich schieße Ich schieße Ich schieße Ach, Gott So, ist der jetzt eingenommen? Ja, der hat auch nichts sein müssen, dass ich jetzt besterbe Ja, wir haben jetzt noch ein paar Soldaten Ich glaube nicht, dass die noch viele Soldaten haben, die Jungs Die haben die Die sind die restlichen Da oben, der Burg, da sind die restlichen Rechts kommt einer Ich kann den Punkt zurückholen wahrscheinlich Hier, fang ihn ab Ich kann den Punkt zurückholen Ja, fang ihn ab Wir können den Punkt nicht zurückholen Ich kann den Punkt nicht zurückholen Ja, mein Herr Die haben aber schon noch ein paar Truppen, ne? Hol die Bogenschützen weg, hol die Bogenschützen weg Ich habe jetzt noch mal meine Bogenschütze rausgeholt Ich komme jetzt mit Bogies, Roger Geht ihr vor? Ja, ich kann den Punkt weg Ich könnte mal schön Feuerregen machen, ja Was machen denn die alles? mein befehl noch durch ihr räumt doch gut ab, bleib da nimm die von der seite nach oben, nimm die von der seite wenn du ihn irgendwie kriegen kannst da rechts von dem sturm na der kommt nicht da der passt da drin, den meine Toten schiebt da wir haben den ein äh, muss drüber einschauen nein, ich hab gestorben ja, jetzt kommen wir wieder von der anderen seite, guck das problem ist, wir haben keine gruppen mehr hier auf der anderen seite ich habe den point ich habe den point, genau sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, das gewinnen wir, das haben wir komm herz, copy, komm herz, copy das merken sie nicht, da oben ist noch einer wenn der Bogenschütze kommt, haben wir ein Problem haben wir ihn, haben gewonnen gewonnen, die idioten haben es nicht gemerkt dafür, dass wir strafft unterlegen waren, eigentlich ich hatte keine Soldaten mehr, also das war jetzt grad ich hatte auch nur noch ein paar, aber ja, so kann es auch laufen erst unterlegen und dann doch zum gewonnen äh, jetzt der letzte äh, jetzt der letzte, also die Bogenschütze waren die letzten, ne? ja, ne, es waren Spieler, die hätten intervenieren können aber copy und mir in der Mitte hätten wir trotzdem gecaptchert, glaube ich ach gut, sehr schön nice one wie viel habt ihr bekommen an Geld? 1400 noch was ich hab 1700 bekommen du bist ein geiler Hecht ja, ich weiß call me sunny das ist der Anfänger Bonus so, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen bis zum späteren Zeitpunkt mit Abmoderation sehr nice immer gibt's sogar ein Outro selbst gemacht? ja so, also wir bräuchten jemanden für...